It's a rain of man, hallelujah, rain of man, yeah, yeah. Hey, hi, mein Name ist Lina und willkommen zu einer neuen Folge DG Dumme Gedanken. Ihr wart wie immer ganz schön crazy drauf und habt euch bei einer gigantischen Auswahl von unterschiedlichen Themen für dumme Gedanken auf der Toilette entschieden. Ja, ich meine es gerade wirklich ernst, dazu gab es tausende Kommentare. Okay, ich weiß zwar nicht, was euch dazu bewegt hat. Bah, selbstverständlich habe ich dieses Thema gründlich untersucht, mehrmals. Und ich muss wirklich zugeben, auf der Toilette kommen sehr skurrile Sachen in den Kopf. Wieso erzähle ich euch das eigentlich? Schaut es euch einfach selber an. Dümme Gedanken auf der Toilette. Ganz schön frisch hier, nicht mehr lange. Und was, wenn es kein Doppelkinn, sondern ein Kinnbizeps ist? Was ein Schwachsinn. Schnell aufs Klo, schnell aufs Klo, schnell aufs Klo. Oh, der Klositz ist wieder warm. In der Zukunft werde ich einen Klositzkühler finden und somit den Po tausender Menschen erfreuen. Und meine Mutter wird stolz auf mich sein. Ich bin ein Genie. Oh, hallo Delfin. Hi. Mann, ich habe irgendwie Hunger. Guck mich nicht so an. Und was, wenn ich jetzt mit diesem Toilettenpapierhalter zweimal gegen die Wand klopfe? Gelange ich dann in ein Paralleluniversum? Nee, irgendwie nicht. Kannst du bitte wegschauen? Damn, was zur Hölle habe ich denn nur gegessen? Öffnet hier bitte hier mal das Fenster. It's a rain of men. Hallelujah. Rain of men. Yeah, yeah. Ich bin eine Rakete. Brrrr. Oh, jetzt taugt er mich auch schon von oben. Ich kann den Tag zur Nacht machen. Warum habe ich eigentlich einen Rasierer in meiner Kapuze? Nein, ich tue ihn lieber weg, bevor ich auf dumme Gedanken komme. Und was, wenn es wirklich Toilettenmonster gibt? Ach, wenn sie meine Backen sehen, werden sie freiwillig wegrennen. Nein, jetzt wirklich. Ich kann so nicht, wenn du auf mich guckst. Wieso macht sie die Tür nicht zu? Und was zur Hölle macht sie denn mit einer Kamera? Das ist mein Burrito. Meiner. Den bekommt niemand. Hallo, Leute. Könnt ihr damit aufhören? Mann, es geht hier um meine Gedanken, ja? Scheiße, ich habe mein Handy vergessen. Eins, zwei, drei, vier. So geht das nicht. Mom? Was? Eminem bringt bald ein neues Album raus. Die langen Jahre des Wartens werden bald belohnt. Kiss I'm a criminal. Damn. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Criminal. Die scharfen Asianudeln lassen von sich wissen. Mann, ich habe schon wieder vergessen. Neues Klopapier zu holen. Au! Okay, jetzt kannst du gucken. Okay, Leute. So viel dazu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Und ja, ich hoffe, dass auch das nächste DG-Thema genauso verrückt und lustig sein wird wie heute. Also seid kreativ, kommentiert fleißig und vielleicht werde ich genau deine Idee als nächstes nehmen. Ja, so ist es. Abonnieren nicht vergessen. Das ist ein Schwachsinn. Vielen Dank.